Sissi Reit ist eine ehemalige deutsche Fußballspielerin und gegenwärtige Fußballtrainerin. Karriere als Spielerin. Über die Jugendvereine TSV Eching und Eintracht Freising gelangte Reit 15-jährig zur Frauenabteilung des FC Bayern München, mit der sie bereits ein Jahr später ihren ersten Titel im Frauenfußball gewann und bis 1984 blieb. Zur Saison 1984-85 wechselte sie zum hessischen Liga-Konkurrenten FSV Frankfurt, den sie nach nur einer Saison verließ. Für den TSV-Siegen absolvierte sie von 1985 bis 1991 sechs erfolgreiche Spielzeiten. Für die A-Nationalmannschaft spielte sie 58 Mal und erzielte vier Tore. Ihr Debüt gab sie am 5. März 1983 in Bergisch Gladbach. beim 1-zu-1 unentschieden gegen die Auswahl Belgiens. Ihr erstes Länderspieltor war der Treffer zum 1-zu-0-Sieg am 22. Juli 1988 im italienischen Ako gegen die Auswahl der Vereinigten Staaten. Mit der Nationalmannschaft nahm sie an der Europameisterschaft 1989 und 1991 teil und krönte sie jeweils mit dem Titel. Karriere als Trainerin. Reit begann im Juli 2002 als Co-Trainer der Frauenmannschaft des FC Bayern München, blieb es bis Dezember 2003 und stieg 2004 als Cheftrainer auf. Von Januar bis Oktober 2009 trainierte sie die Bezirksoberliga-Herrenmannschaft des TSV Eching und führte sie in die Landesliga. Seit Mai 2011 trainiert sie die weibliche U15 und U17 Nationalmannschaft Aserbaidschans. Am 13. Juni 2015 übernahm sie das Traineramt des Frauen-Nationalliga-Aligis 10 FC Start. Erfolge als Spielerin. Europameisterin 1989-1991. Deutsche Meisterin 1976-1987-1990-1991. DFB-Pokalsiegerin 1985-1986-1987-1988-1989. Länder Pokalsiegerin 1983-1994-1995.